hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge fortnight daily shop news mit dem herrn sofort neben mir und der waschbär ja mir dem herrn gleich so waschbär ja ja ist ja gut so ich weiß sie wollen mich wieder triggern triggern will er mich wieder drücker drücker der waschbär ist voll aggressiv und gucken wir mal ins kühlt rüber und das grüßige ich auch mega geil der skull trooper dann haben wir als nächstes dies ist das mit dem buch eigentlich mit dem goldenen buch was und was ist ein backpack kann man das hier sehen okay dann haben wir die skullsickel haben sie heute irgendwie irgendwas genommen jo ich habe helloween gefeiert ihr auch so weiter geht's außerdem hast du mich schon wieder gekapert hallo ich habe auch nichts genommen ja aber nicht immer was nimmt ich habe was getrunken und nicht genommen so ich bin wieder da ja das gibt es in der salz der salz 8 von 10 okay alles da kommt hin mache ich auch und hier gibt es noch einen grünen destiny an also aus dem gebe ich 10 von 10 immer noch 8 von 10 ich finde da jetzt kein großer unterschied dann haben wir den jetzt Tigi verrückt ich habe dem gestern meine note schon gegeben weiß ich nicht mehr so weiß ich nicht ich habe ich mehr gegeben ich glaube 5 von 10 ich habe glaube ich den fast alle nur 5 von 10 gegeben und ja dem habe ich weniger gegeben er hat wenigstens bei mir noch zwei punkte bekommen ja da ich das popcorn schon haben finde ich den jetzt einfach nicht so ja da muss ich was machen hier ich will süßigkeiten gibt mir süßigkeiten gib mir süßigkeiten ja ja warte mal warte mal warte mal ich mach den Mund auf ich muss doch halt kopf nach hinten legen kopf in den nacken so ist direkt auf die birne geworfen geht nicht heute mag er mich nicht baby baby kommt auf mir kommt baby baby ich krieg sie alle so ok also wie willst du die denn dahin werfen wenn du den kopf nicht in die ich bei mir im tiki so da war ich auch gestern schon bewertet zwei von zehn und hier habe ich gestern auch schon bewertet man von zehn ich glaube ich habe acht von zehn so also was ergeben sieben von zehn da fassen die gold von sieben von zehn recht ok also wenn es euch fall hat dann lasst du mal ein like da schreibt was in die kommentare wie habt ihr denn halloween gefeiert feiert ihr noch halloween feiert ihr noch halloween seid ihr auf der straße unterwegs verkleidet ihr euch als was wart ihr verkleidet ich wollte eigentlich ja an anderen dingen rein machen länder uns mal bitte ganz kurz aus wenn uns mal bitte ganz kurz aus oder mich mal ganz kurz oder dich mal ganz kurz uns beide mal und dann gehen wir bitte da rein machen wir mal den noch mal bitte den monster da oben da oben linken mit der raum mit der raum das da ja genau so alles da und dann den dritten den dritten den dritten genau den da so so jetzt bin ich halloween ja das kann dass du weißt er ist zu groß bist du das jetzt wieder herausgefunden hast dauert hier so den kannst du glaube ich nehmen ja das war beide halloween wenn okay alles klar so gehen wir zurück nein nein hier können ich beide den gleichen namen quatsch das ist okay das ist käse nein das ist doch quatsch das ist doch quatsch weil beide den gleichen das ist doch ja die wissen natürlich wer herr gleich ist ja der hier rechts der hier so hätten wir das auch also leute like dalassen ansonsten kommen wir bei euch vorbei sonst kommen wir vorbei na was machst denn da überhaupt hier ein sechser und da dämon bin ich jetzt hier so ein waschbär hast du ne macke oder was du bist ein waschbär schade so und wenn euch das heutige video gefallen hat schaltet das nächste mal wieder ein wenn es heißt fortnite days of news mit dem da vielleicht keine ahnung und mit mir machen mich doch mal wieder ein wo hast hier nicht zu verloren machen mich wieder in ich bin natürlich dich guck mal du kannst du meine tippen durch ich würde sagen wir machen noch ganz guten oh mein gott machst du gerade die hose oder was das ist gerade angehört wie auf dem klo hier also wenn ich das heutige video gefallen habe dann würde mich sehr mal liken aber davon schreibt hier die kommentare und bis dahin auch rein und tschau